Herzlich Willkommen zum Jörg-Löhr-Podcast. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach mehr Erfolg. Und wir sind jetzt hier im zweiten Teil unserer Podcast-Folge. Der ersten, glaube ich, in der ich selbst interviewt wurde. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, zum Thema Fußball-Bundesliga-Krise und Mindset, dann geh bitte eine Folge zurück und starte bitte dann unbedingt damit erst rein. Ansonsten wünsche ich dir gute Unterhaltung und spannende Learnings im zweiten Teil des Werder-Podcasts, in dem ich mit Markus Biereichel ein Gespräch geführt habe. Du bist 2011 erstmals zu Werder gekommen. Das sind jetzt neun Jahre, die dazwischen liegen. Und das ist vielleicht auch wichtig mal einzuschätzen. Wie hat sich deiner Meinung nach nicht nur Werder Bremen, sondern auch die Bundesliga entwickelt? Aus meiner Sicht, also damals waren ja ganz viele. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt keine Typen haben. Aber damals waren natürlich, damals war Thomas Schaaf Trainer, Klaus Alofs war im Management. Das ist heute, wie auch damals, das sind tolle Persönlichkeiten gewesen. Auch jetzt, was ich erleben darf, das sind tolle Leute. Nur, der Sport hat sich weiterentwickelt. Er ist viel schneller, viel athletischer geworden. Wenn ich anschaue, was wir damals, als ich in der Handball-Bundesliga gespielt habe, das war, ich dachte, mehr geht nicht. Durch die schnelle Mitte im Handball, das hat sich weiterentwickelt. Die Spieler sind athletischer geworden. Damals kam es erstmalig auf mit Vlado Stenzel, dem Bundestrainer, dass man große Spieler genommen hat. Wenn ich heute mit der Nationalmannschaft zusammenkomme, ja, da komme ich mir mit 1,87 wie ein Hempfling vor. Die sind alle zwei Meter und die sind athletisch und die sind schnell. Und da hat sich viel verändert. Vlado Stenzel, der wurde mal gefragt, als er so die ersten großen Spieler gebracht hatte, da wurde er gefragt, wieso er dann große Spieler holt. Und dann hat Vlado Stenzel auf seine sympathische Art, damals als Bundestrainer, gesagt, guter Mann, ist leichter, große Spieler beweglich zu machen, als kleine wachsen zu lassen. Und da hat sich der Handball einfach weiterentwickelt und auch der Fußball athletischer geworden. Wenn man sieht, dass mittlerweile alle Laufwege bestimmt werden, dass wir ganz andere Möglichkeiten haben. Ich weiß nach jedem Spiel, wer ist wie gelaufen, wo hat jeder im Zweikampfverhalten, was für Werte. Also das ist schon enorm, was hier passiert ist. Brauchst du sowas für deine Vorträge? Für die Vorträge nicht, aber es ist für Florian Kohfeldt, für den Trainer natürlich eine enorm wichtige Sache. Noch dazu, wenn er mit dem Spieler redet. Weil wenn er mit dem Spieler zum Beispiel redet und sagt, du musst mehr Laufbereitschaft haben, du musst mehr raufgehen. Ich nehme jetzt einfach nur mal irgendeinen Gedanken, hoffe, dass Florian mich nicht sagt, was redet der hier. Sondern dann sagt der Spieler, Moment mal. Früher hätte er gesagt, ich bin gelaufen ohne Ende. Heute sagt man, du bist 1,9 Kilometer weniger gelaufen als der Durchschnitt der Mannschaft. Weißt du, wo dein Thema ist? Also wir können hier eine Beweisführung machen. Das ist aber im Unternehmen auch nicht anders. Ich würde jedem Unternehmer immer sagen, der hat jetzt keinen Chip, wo er die Laufwege seines Personals überprüft. Aber man sollte schon manchmal aufschreiben, was fällt einem auch mal bei einem Mitarbeiter, positiv wie negativ, auf. Weil wenn man etwas bespricht, was auch manchmal nicht so lustig ist mit dem Mitarbeiter, dann wird der Frage, wie kommst du jetzt da drauf? Was meinst du jetzt damit? Und dann sollte man auch liefern können. Du bist, um mal wieder zu uns zurückzukommen, du bist ja im Frühjahr angefragt worden, ob du nochmal herkommen möchtest, nach 2011, wie gesagt, dann Anfang dieses Jahres, 2020. Und du hast nicht lange gezögert, hast gesagt, kannst du dir vorstellen, pass doch in einen Plan rein, 25-jähriges Jubiläum, super, dann rettest du nochmal eben kurz den Bundesligisten. Und dann kommt halt Corona. Und es war relativ schnell klar, du wirst keinen Online-Kurs machen können mit der Mannschaft. Ja. Weil? Weil wir brauchen die Emotion. Wir brauchen dieses Persönliche. Und noch dazu, da die Mannschaft mich noch nicht kannte. Also das ist, wenn eine Mannschaft mich kennt, jetzt zum Beispiel, da waren wir ein paar Mal wirklich zusammen jetzt waren, dann kann ich auch mal über eine Zoom-Konferenz oder whereby kann ich mit dem Spieler 1 zu 1 sprechen. Aber ich glaube, dass sehr viel auch von der physischen Präsenz abhängt. Ich stelle mir mal vor, Florian Kohfeldt würde eine Mannschaftssitzung machen, nach dem Motto, du, wir wollen nicht alle hier in der Kabine zusammenkommen. Zieh dich mal zu Hause um und mach mal Zoom ein. Ich spreche mal zu euch und versuche euch mal ein bisschen aufs Spiel einzustimmen. Das geht, aber es hat nicht die Güte-Klasse, wenn du merkst, wie einer brennt für das Ganze, wo du physisch alleine so präsent bist, um den anderen mitzunehmen und anzustecken. Hast du durch die Corona-Phase eigentlich für dich festgestellt, dass sich mehr Menschen bei dir melden als vorher? Es hat sich verändert. Wir haben natürlich in den Präsenzseminaren, also eins zu eins, da haben wir natürlich logischerweise durch den Lockdown erstmal einen Cut gehabt und dann ist es so, dass die Leute dann natürlich ein Angebot haben müssen, um etwas anderes zu nutzen. Heißt für mich jetzt als Unternehmer, ich muss überlegen, wie komme ich zu meiner Zielgruppe, die jetzt zu Hause gerade sitzt und die und die Kanäle hat, wie komme ich in die Sichtbarkeit und wie kann ich, wenn ich in der Sichtbarkeit bin, ihnen ein Angebot machen und kann das letztlich dann dahin bringen, dass der Kunde unser Angebot nutzt, das natürlich immer unter dem Win-Win-Prinzip, er muss was haben, aber wir auch als Unternehmer wollen natürlich auch davon auch einen Profit haben. Aber haben Sie gerade jetzt durch den Lockdown welche bei dir gemeldet, mehr gemeldet, um Rat von dir zu haben? Also ich habe das jetzt nicht so, dass ich viele 1-zu-1-Coachings gebe. Ich habe zwar eine Coaching-Ausbildung, da bilde ich Coaches aus, dass sie andere im 1-zu-1 coachen können, aber das mache ich entweder nur noch in einem gewissen Führungsbereich bei Unternehmen oder dann eben im Spitzensport, dass ich in dem 1-zu-1 bin. Also insofern haben glaube ich nicht die Leute großartig die Erwartung, Jörg, ich bräuchte mal jetzt deine 1-zu-1-Unterstützung. Mein Mann geht mir gerade zu Hause unglaublich auf den Senkel. Was mache ich denn jetzt? Also sowas gibt es mal in unserem Programm, was wir haben beim Game Changer. Da haben wir Question and Answer. Da können die Leute natürlich online mir alle Fragen stellen und ich antworte auf das ähnlich wie wir das jetzt oder wenn du mir Fragen stellst. Und da gehe ich natürlich individuell drauf ein. Aber da merke ich schon, dass Leute wirklich auch Interesse gehabt haben. Und wir werden immer offener für dieses Thema Weiterbildung. Also ich stelle fest, die Zielgruppe wird immer größer. Und nimm den Sport als Beispiel. Wir haben früher, ich kann mich noch erinnern, in den 90ern habe ich mit Franziska von Almsig bei ihrem Comeback gearbeitet mit ihr, was dann mit 5 Mal Gold in Berlin endete. Gottlob, aber jetzt nicht wegen mir, sondern weil sie einen grandiosen Job gemacht hat. Und ich kann mich noch erinnern, dass sie zu mir sagte, du Jörg, sag bitte nichts den Medien, weil wenn die hören, dass ich mich mit einem Mentaltrainer unterhalte, dann meinen die, ich habe einen an der Klatsche. Also das war die Meinung. Und das hat sich so ein bisschen gedreht mit 2-6, mit unserem Sommermärchen und Klinsmann und Löw als Assistenztrainer. Und heute zuckt kein Pressevertreter mehr, wenn du sagst, du hast einen Mentaltrainer, der dich unterstützt, was ja auch Sinn macht. Weil die Aufgabe von Florian Kohfeldt ist ja nicht, dass er der Tausendsasser ist, dass der Torwarttraining, Konditionstraining macht, Mentaltraining macht. Der muss das Ganze haben. Der muss das Große sehen, der muss die Leute ziehen. Und so wie er Konditionstrainer hat, Torwarttrainer hat, nutzt er meine Fachexpertise, um dort, wo er es für richtig hält, der Mannschaft einen Impuls zu geben. Das heißt in keinster Weise, dass er das nicht auch drauf hat. Aber manchmal nutzt er es, weil vielleicht der externe Prophet, wenn er manchmal Ähnliches sagt, einen anderen Einfluss hat, wie der, der intern unterwegs ist. Jedes Elternteil weiß, glaube ich, jetzt, von was ich rede. Ja, wir können auch einmal vorspielen, was Florian Kohfeldt meint. Er hat sich nämlich dazu auch mal geäußert auf einer Pressekonferenz. Jörg gibt einen guten Impuls von außen. Er hat einen Blick von außen. Er ist aber, er ist ja jemand, mit dem man reflektiert und der dann klaren Input auch gibt für die Spieler, Anker setzt, an denen sie sich halten können, mental vor den Spielen. Und ich glaube, dass das einen sehr positiven Effekt auf uns hat. Er gibt ja sonst sehr wenig Preis, was sowas angeht. Aber da hat er dann vor dem Spiel im Pokal bei Kalsas Jena nochmal darauf hingewiesen, wir arbeiten zusammen. Du kommst dann ab und zu mal her. Und er schätzt es sehr. Ist auch eine, wenn ich das aus meiner Sicht sagen darf, enorm angenehme Zusammenarbeit. Wir sprechen das ab. Tim Barton ist mit im Spiel. Clemens Fritz ist hier auch mit im Spiel. und hier versuchen wir, alles nur zu überlegen, was kann der Mannschaft helfen. Und das ist natürlich für mich wichtig, wenn diese, diese erstens, dieser Blick dafür da ist, was gegeben ist und dass man das rüberbringt, bespricht miteinander und dann auch das Vertrauen da ist, dass ich immer im Sinne des Trainers, der Mannschaft komplett respektvoll, wertschätzend auch damit umgehe, um nichts anderes. Und Florian mit seinem Team hat nichts anderes im Sinn. Wie können wir das Maximale aus diesem Team rausholen? Und das macht es wirklich toll in dem Miteinander. Hast du das Gefühl, dass diese Pandemie Sportlern sehr viel Energie raubt? Also ich versuche es mal anders auszudrücken. Wir hatten den Lockdown, jetzt haben wir Hygienemaßnahmen. Also alles Dinge, die einem es ja nicht einfacher machen, sich auf ihren ursprünglichen Job zu konzentrieren. Was kann man den Jungs mitgeben? Man kann ihnen zum Beispiel mitgeben, dass man sich fast eine Detox bei Nachrichten verordnet. Denn man nennt es in der Psychologie Priming. Priming heißt vorbereiten. Das heißt, ein Reiz beeinflusst die Reaktion und Interpretation eines nächsten Reizes. Das bedeutet, wenn ich jemanden schreien höre, dann denke ich mir entweder, mein Gehirn sagt mir dann aus meiner Erfahrung aus, oh, der hat Schmerz oder er ist wütend oder er hat Lust gerade. Und unser Gehirn versucht jetzt immer wieder aus den Erfahrungen raus etwas zu machen. Das heißt, wir werden durch das, was passiert, geprimed. Wir werden geprägt dadurch. Und warum ich das erzähle? Weil die Nachrichten gerade uns enorm primen. Manche Menschen hören sich 18 Mal am Tag an. Wir sind in einer schweren Krise. Es ist die schwerste Krise unserer Generation. Und wir müssen die Kontakte vermeiden. Es ist ein Lockdown. Und viele nehmen das so häufig zur Kenntnis, dass sie nicht nur außen den Lockdown erleben, sondern innerlich auch. Und wenn ich innerlichen Lockdown habe, dann komme ich mit nichts mehr ins Handeln. Und genau jetzt müssen wir im Handeln dann sein. Und das gilt auch für die Sportler, dass sie nicht in dieses Permanente, überall, auch ist es schlimm. Und das gilt auch manchmal in einer Krisensituation, dass man überlegt, welche Medien lasse ich überhaupt an mich ran. Denn wir brauchen für eine negative Nachricht, damit unser Gehirn wieder auf Null läuft, drei positive. Ach, echt? Ja, ist erwiesen. Und jetzt passiert oft was. Wir nehmen das zur Kenntnis. Wir lesen uns, dass ich nicht gut war, dass der kritisiert, dass die Mannschaft gewonnen hätten müssen gegen Köln und weiß der Teufel was. Und das macht was mit uns. Und ich habe mir für mich verordnet, ich schaue nur noch fünf Minuten am Tag mir an, was Corona gerade wieder Neues produziert hat. Und falls tatsächlich mal irgendwas passiert, dass die Regierung etwas beschließt, was ich unbedingt wissen muss, ich bin mir sicher, es wird nicht an mir vorbeigehen, auch wenn ich nur fünf Minuten Nachrichten habe. Also bitte da auch an jeden, der zuhört, mal überlegen, wie werden wir jeden Tag geprimed? Jetzt gibt es im Fußball ja immer gerne diesen Begriff Mentalitätsmonster. Ich weiß, du bist Mentaltrainer, kein Mentalitätstrainer, aber stellen sich da bei dir die Nackenhaare auf und du sagst dir, ach bitte, Mentalitätsmonster gibt es doch gar nicht. Ja, Mentalitätsmonster ist, glaube ich, würde ich jetzt eher so interpretieren, dass wir voller Selbstbewusstsein sind. Dass ich meine Meinung nicht immer nur von anderen abhängig mache. Denn wie entsteht letztlich unser Selbstvertrauen, was wir brauchen, um Dinge zu bewegen? Wir haben ein Selbstbild und wir haben ein Fremdbild. Und die Überlappung dieser beiden Bereiche ist unser Selbstwert und der macht unser Selbstvertrauen aus. Und das heißt, idealerweise wäre es, ich mache meinen Selbstwert nicht von der Meinung anderer abhängig. Und wenn ich ein Mentalitätsmonster bin, dann gehe ich mit dieser Überzeugung rein. Das haben ja die Bayern herrlich gemacht, muss man ihnen wirklich sagen, die von der Jugend an, kriegen die schon hinten ins Trikot rein. Da steht dann, mir san mir. Ja, übersetzt, was Größeres wie uns gibt es nicht. Und die kriegen das schon von Anfang an mit. Und ich glaube, wenn man, nennt es nicht Mentalitätsmonster, sondern nenn es einfach mental stark, das heißt, ich bin von dem, was ich mache, überzeugt. Das heißt nicht, dass ich keine Rückschläge habe. Aber ich weiß, dass Rückschläge dazugehören. Und ich habe eines verstanden, es ist nicht entscheidend, wie tief ich falle, sondern wie hoch federe ich wieder zurück. Ich bin bereit, wieder aufzustehen, weil das gehört zum Leben dazu. Und wenn ich diese Einstellung für mich habe, diese mental starke, dann ist es nur zu logisch, dass ich einen anderen Zustand nach außen habe. Und wer einen anderen Zustand nach außen hat, trifft andere Entscheidungen. Wer andere Entscheidungen trifft, hat ein anderes Verhalten. Und wer ein anderes Verhalten hat, produziert andere Ergebnisse. Und so ist es letztendlich wichtig, zu überlegen, was kann ich tun, um mental stärker zu werden. Jetzt kennt es ja jeder, der selber mal Sport getrieben hat, dass es Phasen gibt. Nicht nur im Fußball, in einem Spiels, in einer Saison, dass es mal überhaupt nicht läuft. Und wir hatten ja schon mal gesprochen, dass du so Anker benutzt, den Spielern oder deinen Teilnehmern Anker gibst. Kannst du, ohne zu viel zu verraten, mal Beispiele nennen, was so Anker sein können? Also Anker sind ganz simpel, zum Beispiel, wenn ich mir Musik anhöre. Jeder kennt das. Da gibt es die Abende, da legt man sich entspannte Musik auf und der Abend gleitet so dahin. vielleicht trifft noch ein Glas Rotwein in den Körper. Es geht so. Und wenn du, wenn du jetzt eine Musik hörst, die dich pusht, wo du sagst, ja, das ist die, dann kommst du in einen anderen Zustand. Das heißt, ein Sinnesreiz wird mit etwas verankert. Also da ist eine Verbindung zum Verhalten dann da. Man sitzt im Auto, ist ein Tag wie immer, und auf einmal bin ich besser drauf. Vielleicht habe ich gerade einen Song gehört, den habe ich, als ich einen Cluburlaub gemacht habe, gehört, und das war ein grandioser Cluburlaub, und auf einmal fühle ich mich ganz einfach besser. Das heißt, Anker hilft im Grunde dazu, in einen besseren Zustand zu kommen. Und im Spiel? Indem ich mir zum Beispiel, jemand reizt mich, ja, und ich bin sauer, ich bin, boah, und es ist auch nicht so gelaufen. Okay, indem ich weiß, wie steige ich jetzt aus dem Spiel aus? Was muss ich machen? Was muss ich für einen Gedanken haben? Denn wir müssen uns wieder überlegen, wir haben gerade kein gutes Gefühl im Spiel. Und das führt zu einem schlechten Verhalten, einem schlechten Resultat. Also, was ist unser Gefühl? Ein Gefühl ist nichts anderes, als ein Feedbackmechanismus unserer Gedanken. Gebe ich mir andere Gedanken, habe ich ein anderes Gefühl. Und wenn ich schlecht drauf bin am Tag, dann habe ich in der Regel gerade negative, oder schlechte, oder kritische, oder ärgerliche, oder wütende Gedanken. Wenn ich mir jetzt einen anderen Gedanken gebe, also, ich formuliere es manchmal im Seminar so, als Gefühlstransformer. Was kann ich machen, was in mir ein anderes Gefühl macht? Wenn ich gerade nicht gut drauf bin, dann kann ich mir beispielsweise auf meinem Handy ein Foto anschauen, von meinen Kids, wie die gerade strahlen. Ich habe sofort einen anderen Gedanken. Jetzt wechsle ich das Ganze. Und hier heißt ankern auch, was kann ich jemandem gerade geben, dass er in einen anderen Gedanken, in ein anderes Gefühl und damit in ein anderes Verhalten kommt. Wie lange braucht man, um sowas zu verinnerlichen? Es gibt zwei Wege, um Dinge zu verinnerlichen. Das eine ist Emotion und das andere ist Wiederholung. Das sind die zwei Wege, wie wir Menschen lernen können. Wenn wir etwas sehr Emotionales erleben, negativ wie positiv, und das macht mit uns was. Es ist ganz viel Emotion im Spiel. In dem Moment lernen wir wirklich im Rekordgeschwindigkeit. Das sind dann manchmal förmlich Paradigmenwechsel, die von heute auf morgen passieren. Das ist nicht die Regel. Die Regel ist Wiederholung. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie ein, nehmen wir mal einen Stuhl. und ein Stuhl ist die Überzeugung, die für mein Verhalten verantwortlich ist. Der Stuhl hat Stuhlbeine und das sind unsere Erfahrungen. Je mehr Erfahrungen ich habe, je mehr Wiederholungen ich mache, desto stabiler steht, ist die Sitzfläche, ist der Stuhl. Und Emotion wäre es dann, wenn wir ein ganz großes Bein da unter dem Stuhl hätten. Dann wäre das. Also in der Regel heißt das, je häufiger, desto besser. Und das machen viele Menschen falsch. Sie probieren mal das aus, positiv zu denken, ein Ziel zu machen und merken, hat nicht funktioniert. Ich habe es dreimal probiert. Hat nicht geklappt. Lassen wir. Profis machen okay. Ich habe noch nicht die Schlagzahl. Ich habe noch nicht die Wiederholung. Jeder Sportler weiß, um Bewegungsmechanismen reinzukriegen, die er unter kritischen Spielsituationen abrufen kann, braucht er Wiederholung. Wie oft spielen hier das Team von Werder gewisse Systemstrukturen ein, um sie dann im Spiel wirklich offenbaren zu können, zelebrieren zu können. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und das müssen wir ganz einfach lernen. Du bist ja nicht nur der Persönlichkeitstrainer von Sportlern, sondern eben auch von Wirtschaftsunternehmen, DAX-Konzernen. Da gibt es ja zahlreiche, die man nennen könnte. Ob es jetzt IBM ist, Porsche, Deutsche Telekom, also sehr viele. Und du sagst gerne in deinen Seminaren, was die Wirtschaft vom Spitzensport lernen kann. Wie ist es denn umgekehrt? Was kann denn der Spitzensport aus der Wirtschaft lernen, ohne jetzt zu sehr in Wirtschaftsthemen, sondern im sportlichen Bereich zu bleiben? Also wir gehen, da gibt es wirklich viele Parallelen dazu, aber wenn wir uns das anschauen, wir haben in der Wirtschaft sehr klare Strukturen auch drin, wir machen uns wahnsinnig viel Gedanken über das Thema Führung, Mitarbeiterentlohnung, Mitarbeitermotivation, Mechanismen, wie die Leute lernen und da kann man immer wieder rüber schauen. Das heißt bitte nicht, dass der Fußball das nicht hat. Wenn wir über mal andersrum das schauen, was kann die Wirtschaft vom Sport lernen, dann heißt das bitte, nimm mal das Thema Scouting, perfekt im Fußball. Die Fußballvereine machen alles, um kein einziges Talent da draußen zu verlieren. Da wird man, wenn man talentiert ist, ab dem 8. oder 9. Lebensjahr auf Wochenbasis beobachtet. Firmen haben auch ein Scouting, aber das ist ganz einfach nur gegenüber dem, was der Fußball hat. Und so glaube ich, lernt man sowohl von der einen wie in der anderen Richtung. Bevor wir zum Ende kommen, gibt es, ganz simpel formuliert, drei Take-away-Messages, die du den Hörern da draußen möglicherweise für eine mental schwierige Phase mit auf den Weg gehen kannst, wie wir sie aktuell gerade haben, wenn sie zu Hause sitzen und sich fragen, boah, jetzt so drei Leitsätze wären total geil. Erster wichtiger Punkt, wo will ich hin? Ganz klar zu bestimmen, wo will ich wann sein? Der zweite Punkt ist, dass ich für mich Entscheidungen treffe. Denn ich werde nur dann dort ankommen, wenn ich heute die Entscheidungen treffe. Warum jeder Einzelne, der jetzt zuhört, an der Stelle seines Lebens ist, weil er in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen oder nicht getroffen hat. Den Mut, Entscheidungen zu treffen. Und der dritte Punkt ist, ins Handeln zu kommen. Und dort gibt es eine Zahl, die sich vielleicht jeder noch merken sollte, das ist die Zahl 72. Alles, was wir Menschen nach einer Entscheidung, nach einem Meeting, einem Beschluss, was auch immer, was uns weiterbringen soll, nicht innerhalb von 72 Stunden die ersten Dinge ansetzen, sinkt oder angehen, sinkt die Wahrscheinlichkeit auf unter 10%. Das heißt, also 10% der Realisierung. Das heißt, nach unserer Entscheidung müssen wir die ersten Maßnahmen sofort wirklich initiieren. Sei es, dass es ein Aktionsplan gemacht wird, sei es, dass ich das erste Telefonat führe, ich muss ins Handeln kommen. Und Menschen, man hat Studien gemacht mit Menschen, die ihren Weg in der Persönlichkeitsentwicklung im Unternehmerischen schneller gegangen sind wie andere. Und man hat zwei Dinge festgestellt. Das erste war, diese Menschen sind immer wieder, egal was passiert ist, ins Handeln gekommen. Sie haben nicht gejammert, sie haben gehandelt. Und das zweite ist, sie haben permanent sich weitergebildet. Warum ist das so wichtig? Weil in dem Moment, wo ich mich kontinuierlich weiterbilde, weiterentwickele, durch Lesen, durch Seminare, was auch immer, in dem Moment trage ich dem Rechnung, ich kann nur hervorbringen mit meinem Gehirn, was ich vorher reingetan habe. Und wenn sich die Welt da draußen verändert, wie jetzt gerade mit Corona, dann hat mein Gehirn gelernt, ich kann mich so weiterentwickeln, dass ich jedes Problem, was da draußen ist, tatsächlich auch angehen und bewältigen kann. Und das sorgt natürlich wieder für Sicherheit, Souveränität und Selbstbewusstsein. Und abschließend noch die Frage, weil du bist ja nah dran und das werden sich sicherlich sehr viele Werder-Fans fragen, du hast es nicht prognostiziert, du bist ja kein Hellseher, aber du hast schon mit einer deutlichen Überzeugung gesagt, Werder steigt nicht ab, als du hergekommen bist. Was glaubst du, landet Werder am Ende der Saison? Oder wie läuft die Saison? Also als erstes muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Nach dieser letzten Saison jetzt reinzugehen, sechs Spiele hintereinander, ungeschlagen zu sein und das trotz der Weggänge, die hier passiert sind, trotzdem dran zu bleiben, das finde ich, und das habe ich auch der Mannschaft gesagt, finde ich wirklich große Klasse. und wenn man eine Saison dieses Jahr spielt, nach der letzten Saison, wo man wirklich nichts mit dem Abstieg zu tun hat, indem man ab und zu nach oben schaut, was an verrückten Dingen nach oben möglich ist, dann glaube ich, dann hat auf Basis das, was hier die Mannschaft wirklich machbar machen kann, hat man eine große Saison gespielt. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und damit sag auch ich, vielen Dank, dass du mit dabei warst und falls du Lust auf weitere spannende Interviews und wertvolle Tipps, Strategien und Know-how hast, dann abonniere bitte diesen Podcast, damit du keine Folge mehr versäumst. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal maximalen Erfolg und einen ganz besonderen Tag. Alles Liebe und auf bald, dein Erfolgscoach Jörg Löhr.